So gut, das zerfetzt eure Kenntnisse quasi jetzt gleich in 30 Sekunden. Los geht's! You walk like Marlene Dieter, and you dance like Gigi John May. Your clothes are made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. You live in a fancy apartment, on the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records, and a friend of Sascha Distel, yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I wanna look inside your head, yes, I do. So viel zum Englischen, da kann jeder folgen, kein Problem. Kommen wir jetzt zum französischen Teil. Wollen wir ein bisschen Konzentration, ne? Das ist jetzt nicht nur mal eben, das ist jetzt echt Kultur, baby. Ich bin wieder eine Wespe. You walk like Marlene Dieter, and you dance like Gigi John May. Your clothes are made by Balmain. And there's diamonds and pearls in your hair. You live in a fancy apartment, on the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones record, and a friend of Sascha Distel, yes, you do. Remoulade Mayonnaise Portemonnaie, where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I wanna look inside your head. An der Stelle kommt immer gerne auch mal ein Zwischenapplaus, normalerweise, muss nicht. Ich nehme auch Mitleid, ist kein Problem. Und jetzt das Schwierigste. Jamaikanischer Patois. Ich werde ja sehr viel auf Jamaika gebucht. Leute lieben mich. Ja. Du act like Marlene Dieter, and you dance like Gigi John May. Your clothes are all made by Balmain. And these diamonds and pearls in your hair. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020